Weil noch Sommer ist und weil er durchaus in den kommenden Videos über meine mehr als 400 Kilometer lange Velosolex Tour mit Freunden nach Cuxhaven eine Rolle spielen wird, eben noch schnell das Unboxing Video über den Inhalt dieses Sacks hier. Aber was da wohl drin sein mag? Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein No-Name Produkt angekauft. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ihr könnt ja mal zwischenzeitlich raten, was das für ein No-Name Produkt ist. Ring, Ring, Ring. Ist auch keine Beschreibung dabei. Und wenn, dann wahrscheinlich in Chinesisch, werde ich mich beziffern können. Ui, das ging aber schnell. Ui, also ihr seht, Campingstuhl, jetzt Achtung, grobe Bier fürs Bier, Bier für die Armen, geht gar nicht mehr raus. So, also Achtung. Fünf, vier, drei, zwei, eins, und hoch. Wow, stabiler als ich dachte. Da lacht selbst ihr. Schwingt.